In 300 Metern den kreisenden Wehr an der 2. Ausfahrt verlassen, auch hier nationale Automatisierung. Oh, das ist ein Jeep. Finanzpolizei über links. Die kommt die Rechnung nach. Jetzt läuft der Motor wieder. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Es kann. Erstmal zum Ziel. Auto Bianchi 112. Achtzehn Uhr zwei ist es jetzt. Sechster Tag meinerweise. Wir fahren noch so ein bisschen weiter. Jetzt suchen wir uns aber im Dunkel. Hier kann man doch mal weiter fahren. Das wird da wohl Licht sein. Heute ist Donnerstag. Und dann wird ja kurz frei sein. Ich bin einfach los. Verstopft. Da vorne ein zweifaches da noch mal reingucken. Bitte sehr. Er hat seine Frau mitgebracht. Nach dem Urlaub in Quescal. Er hat seine Frau mitgebracht. Hallo. Er hat seine Frau mitgebracht. Links einmal. Was ja so viel heißt wie. Guten Tag hallo. Wie viele Löwen hast du schon heute gefangen? Das ist die Sprache der Zulbrottentorte in Südafrika. Jetzt reicht's ab. Lass mal hier schon weiter fahren. Das sieht hier gut aus. Das ist die Sprache der Zulbrottentorte in Südafrika. Das ist die Sprache der Zulbrottentorte in Südafrika. Das ist die Sprache der Zulbrottentorte in Südafrika. Das ist unweißig, ja. Sollte Vielen Dank. ich mach gleich die nächste Route lass mal hier schön einziehen so, die werden parken so, ich mach das nicht so, ich mach das nicht In 200 Metern den Kreiselherr an der 1. Ostrad verlassen, auf die armliche Langgelobung ohne Roti weiter folgen. Heute haben wir es nicht mehr heilig. Ich habe es nicht mehr heilig. Ich habe es nicht mehr heilig. Jetzt links abbiegen. In 700 Metern den Kreisverkehr an der 1. Ostrad verlassen. Los Angeles kommt zu den Kreisverkehr an der 1. Ostrad verlassen. Die 300 Metern den Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Den Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Die Kreisland, der an der ersten Ausfahrt verlassen, auf IAV-KT-Panel. Rechts einmal, hello, how are you? Where do you go? Rechts einmal von Yordo. Rechts einmal, hello, how are you? Where do you go? Einen Kilometer, den weis man hier an den Ausfahrt verlassen. Ich weiß noch was Großes, das kann aber immer noch nachdenken. Hello, how are you in zweifacher Hinsicht? Oh, dass hier mal vielfache Hinsicht sind. Hello, how are you where you will ride your bicycle? 山nennennennennennennnennn Hinsicht In 300 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen, auf Piazza Pupio di Pionasone. Auf Pionasone die ganzen sozialen Wohnungen. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Hier ein mehrfaches Saal, da mal reingucken. Dritte Ausfahrt. Falsch, ja? Das ist ein bisschen falsch. Das macht nichts. Jetzt links abbiegen. Fahrer ist super. Jetzt links abbiegen. Leider. Der hat hier einen. Der Anfahrt war falsch. Kann er geradeaus rüber sagen. Der kleine Fiat 500, Ciccintos. Den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen. Genau, jetzt klappt das. Dritte, die ist so verkehrt. Ach, hier vorne ist eine mitgezählt. In 600 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Dann den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Leider. Let's go! In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ostfahrt verlassen, auch ja Plauto, dann den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. Den Kreis wird er an der ersten Ostfahrt verlassen. Mein Kumpel hat doch recht, das war ja mal von Italien, wo den Weyermacher in Arabien besetzt worden. Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. Oh, man sieht das ja auch. Wir sind da oben. 500 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. Auf Strada Vela Bonifical weiter verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ostfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ostfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ostfahrt verlassen. In 600 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. In 600 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der segurten Ostfahrt verlassen. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ostfahrt verlassen. Auch wir nationale Adriatik-Harsung weiter verlassen. weiter geht's weiter geht's weiter geht's den Kreisverkehr an der zweiten Ausgabe verlassen so ein Auto hat meine Mutter in 700 Metern den drei Jahren der ersten Ausgabe verlassen weiter geht's 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 weiter geht's